Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier in Schusswein zu der Weltremiere der neuen vierten Generation des Caddy von Wolfsfahn. Der Abend neigt sich dem Ende zu und ich hoffe ihr konntet euch einen kleinen Eindruck machen von dem ganzen Event heute. Obendrauf gibt es noch ein Goodie-Bag mit ganz tollen Produkten und Gutschein mit auf den Weg. Also kommt das nächste Mal vorbei, wenn es heißt Swap in the City. Levin hat gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt, der ist glaube ich so ein bisschen untergegangen. Wie vielen Menschen habt ihr jetzt mittlerweile wirklich geholfen durch eure Spendengelder? Also offiziell über 20.000. Dazu muss man eigentlich gar nichts mehr sagen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen-Rutzfahrzeuge, Herrn Dr. Scholz und den Entwicklungsvorstand Bärwarte, Herrn Rodenkieler. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein kurzer Blick hinter die Kulissen bei Wissen vor 8 Werkstatt. Gott sei Dank habe ich noch den verrückten Professor Wins getroffen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über unsere Werkstattfolgen, dann klickt rein. Bis bald! Das war ein kurzer Blick. Das war ein kurzer Blick.